Wenn es um die Zukunft geht, dann ist man bereit, alle Gelingenheiten zu nutzen. Mein Name ist Ahmad und ich bin Azubi des ITTZ und mache meine Ausbildung als Fachinformatiker für Systemdikation. Heutzutage ist schwer, mein ein passender Team zu finden, mit dem ich eine sichere Zukunft aufbauen kann. Zum Glück bin ich auf dem richtigen Weg und habe schon mal die Leute dafür gefunden. Während der interessanten Reise wird auf jeden Fall Schwierigkeiten aufgetaucht, weil die Reise eine große Herausforderung ist und eine Folgeendung hat. Dafür bin ich auf jeden Fall mit der Alternative von meinen Ausbildungsleitungs- sowie Ausbildungsbegleitenden Hilfern, Lerngruppen und anderen zusätzlichen Schulungen vorbereitet. Dafür muss Noah Mühe machen und sich engagieren, weil es um die Zukunft geht. Heute machen, morgen genießen. Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung im ITTZ Berlin. Berlin braucht dich! Berlin braucht michмотр danken. google